Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir hier in Maldraxxus absolvieren können. Und zwar finden wir das einmal unter Erkunden und dann hier unter Shadowlands. Und das Ganze schimpft sich Krypto-Koroture. Und für dieses müssen wir folgendes erledigen. Sammelt alle Anpassungsoptionen für die Verkleidung des nekrotischen Akolyten in Maldraxxus ein. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. Und meiner Meinung nach ist diese Achievement falsch gelistet, denn ihr könnt es nur als Necrolord machen. Meiner Meinung nach würde es hier unter Weiterungsfeatures und dann Pakte reingehören, weil man wie gesagt da Necrolord-Char für braucht. Warum braucht man da Necrolord-Char für? Ihr habt nämlich hier so einen Extra-Button mit einer illusionären Tarnung. Und den könnt ihr hier oben im Haus der Rituale verwenden. Diesen Button könnt ihr nur freischalten, wenn ihr denn in der Necrolord-Kampagne, ich glaube unter Abschnitt 6 oder 7, also nicht das letzte, wenn dann das vorletzte oder das vorverletzte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, abschließt. Dann müsst ihr nämlich hier dieses Haus der Rituale mal kurz angreifen und dort gibt es einige Quests zu erledigen. Und während diesen Quests gibt es immer an der Seite, so Seit-Quests, einfach Gegenstände, wo ihr anklicken könnt. Und dann müsst ihr irgendwas machen, hau einen Mob um oder sammle irgendwas ein. Und da könnt ihr nämlich schon 4 von den 7 Items über diese Quests bekommen, einfach nebenbei. Und im Endeffekt kriegt ihr diese Seit-Quests aber nur, wenn ihr halt auf dieser Necrolord-Kampagne seid, beziehungsweise wenn ihr sie abgeschlossen habt und das beim ersten Mal nicht mitgenommen habt, könnt ihr die immer noch mitnehmen. Wie gesagt, die liegen hier komplett im Haus der Rituale rum. Und wenn ihr normal die Quests macht, schickt euch das immer in die Nähe von diesen Teilen. Also ihr könnt die eigentlich überhaupt nicht verpassen. Für 3 von denen müsst ihr einfach nur ganz easy irgendwas umholzen oder was aufsammeln. Das könnt ihr alles alleine machen. Eine von diesen 4 Quests ist ein bisschen tricky. Da müsst ihr da hinten bei diesen Knochen so einen Boss beschwören. Da braucht ihr, glaube ich, 2 andere Spieler für. Müsst ihr euch nämlich in 3 so Teilen reinstellen, um einen Boss zu beschwören. Die müsst ihr umhauen. Und dann bekommt ihr das 4. quasi über die Quests. Heißt, ihr braucht Necrolord und für eine braucht ihr halt 2 andere Spieler. So, jetzt schauen wir uns aber die Teile an, die ein bisschen trickier sind, die euch wahrscheinlich auch noch fehlen. Es gibt nämlich 3 Stück, die ihr nicht über diese Quests hier bekommt, sondern die bekommt ihr dann über bestimmte Mobs oder Rares gedroppt. Und die haben eine relativ beschissene Drop-Chance. Das erste, was wir haben, ist die Aschentinte. Und diese Aschentinte, die droppt von einem Rare-Mob und nicht so gut. Gut, ich glaube, ich habe den ein, zwei Monate umgehauen. Das ist nämlich hier unten dieser kleine Rare. Und deren schimpft sich Zargox, der Reborn, heißt der. Zargox, der Wiedergeborene. Und das ist quasi ein Rare, den ihr dadurch beschwören könnt, dass ihr hier unten so einen Mob habt. Dann könnt ihr einmal einquatschen. Dann kriegt ihr so ein Item. Dann müsst ihr nämlich so, ja, Knochenhaufen quasi wieder reaktivieren. Und hier oben bei ihm ist halt ein großer Knochenhaufen. Und da müsst ihr das Item drauf ansetzen. Und dann kommt der Rare. Also den muss man halt beschwören. Aber das Item kriegt man hier unten einfach von dem Typen. Es gibt dann auch manchmal eine Quest. Wenn der große Knochenhaufen nicht da ist, dann müsst ihr erst einen Haufen kleine Knochenhaufen aktivieren, in die Skelette beschwören. Und irgendwann spawnt er der große Knochenhaufen. So funktioniert das. Den einfach so lange umhauen, bis er das Item kriegt. Kann ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich habe den bestimmt über den Monat jeden Tag umgehauen. So, da kriegen wir das erste Item her. Dann das zweite, gezackte Knochensäge. Das habe ich hier im Inventar. Das war das letzte, was mir jetzt gefehlt hat. Das bekommen wir auch von dem Rare. Und zwar ist das hier der Sammler Cash, der droppt das. Ich habe den, glaube ich, jetzt über zwei Monate jeden Tag umgehauen. Also der hat eine relativ miese Drop-Chance. Und da kriegen wir dieses Item. Und das letzte, was wir gedroppt bekommen, müssten die Pigmente sein. Genau. Schleimhaut Pigment. Und dieses kann von den ganzen Schleimen hier droppen. Also hier die droppen, können es droppen. Hier die Schleime. Theoretisch sollten es alle Schleime im Gebiet droppen können. Ich habe es, glaube ich, hier von unten einbekommen, während ich hier den Rare gefarmt habe. Das hat aber auch eine sehr beschissene Drop-Chance. Also das sind die drei, die droppen. Alle anderen, die wir hier haben, bekommt ihr, wie gesagt, durch Quests, die ihr hier eh erst dann bekommt, wenn ihr Necrolod-Kampagne 6 oder 7 spielt. Und die bekommt ihr dann nebenbei. Und den einen müsst ihr halt mit zwei Spielern beschwören. Was sind das für Dinge überhaupt? Und zwar, wir haben hier nämlich auch ein NPC. Wenn ich jetzt hier verwandelt bin, gibt es hier so eine Puppe, wo man dann verschiedene Sachen ändern kann. Man kann dann mit diesen Special-Teilen die Farbe ändern. Zum Beispiel, ich kann jetzt meine Verwandlung hier blau machen oder ich kann Accessoires dazufügen, das Buch wegnehmen, das Buch dazu, einen Dolch hinnehmen und alles mögliche andere. Also da könnt ihr euch ja mal selber durchklicken. Und da, ich kann jetzt zum Beispiel hier, habe ich einen Mantel, ich weiß gar nicht, ich kann den Mantel dazufügen oder so ein Zeug oder kein Mantel. Je nachdem, wie man das gern hätte. Es gibt hier auch noch ein Toy, wo man das dann überall benutzen kann, wenn man Necrolod ist. Also nicht nur hier im Haus der Rituale, sondern auch an anderen Stellen. Ich würde sagen, wir lernen das letzte Ding jetzt mal. Gezackte Knochensäge schimpft sich das, was ich jetzt von Sam Lakasch noch bekommen habe. Und damit bin ich auch mit dem Achievement durch. Gut, das ist es eigentlich soweit. Wie gesagt, meiner Meinung nach gehört es eigentlich unter Pakte rein und nicht unter Erkunden, weil ihr braucht da zwangsläufig einen Necrolod-Char. Die anderen Teile von Sam Lakasch, vom Schleim oder von diesem Zaragox, das droppt auch, sobald ihr mit einem Jar das hier oben freigeschalten habt, auch mit den Twings. Aber die Teile für die Quests hier könnt ihr halt nur mit dem Necrolod-Char bekommen und dementsprechend kriegt ihr auch nur mit dem das Achievement. Ja, das ist so ein bisschen blöd. Okay, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.